Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Mo Phoenix, Emotion. Im April 2018 erschien das Debütalbum von Mo Phoenix, welches er seinem Sohn widmete. Jetzt ist es an der Zeit für sein zweites Soloalbum. Emotion kommt mit 18 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Mosch 36, Ciamule, Eno und PA Sports. Das Album kommt über Life is Pain Entertainment und erscheint als Box. Chigsaw, Chigi. Der junge Rapper aus Hagen war in letzter Zeit vor allem wegen der Gerüchte um seine Abschiebung im Gespräch. Nachdem er dann bei einem nicht genehmigten Videodreh festgenommen wurde, verließ er Deutschland in Richtung Türkei, um seiner drohenden Abschiebung zuvor zu kommen. Chiggy beinhaltet 17 Tracks. Features kommen unter anderem von Haftbefehl, Kollegah, Nemo und Gent. Das Album kommt über Alpha Music Empire und erscheint als Box. Michael O. Man of the Year. Im Mai 2018 veröffentlichten Manuelsen und Michael O. ihr Kollaboalbum New Jack City. Nun ist es an der Zeit für sein Debütalbum. Man of the Year kommt mit 15 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über Warner Music und erscheint als CD. Kalim 0 auf 100. Knapp zwei Jahre sind seit seinem letzten Album Thronfolger vergangen. Jetzt kommt mit 0 auf 100 das dritte Soloalbum von Kalim. 0 auf 100 kommt mit 12 Tracks. Features kommen von Luciano, Nemo, UFO361, Reezy und Larry. Das Album kommt über Urban und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.